jo leute willkommen zurück zu just cause 3 und ja ich würde sagen machen wir mal weiter und im hintergrund schreibt wie immer mein bruder und ich würde sagen wir gehen mal zur feine station besser gesagt zu diesen außenposten obwohl moment was ist das nee wir wollten ja das machen und diesen flug links mache ich nie wieder nie wieder leute verstanden darauf habe ich wirklich keine lust und keine dass du es wirklich drauf hast mache ich schießt stand mit welche waffe okay du schaffst keinen perfekten links links zu score dann versuch mal mit einem haken um die erhöhte geschwindigkeit zu verleihen und die schweren perfekten links zu scores zu erhalten wo ist die waffe wo krieg ich eine waffe waffe ah ok moment volltreffer 100 und ok 50 200 200 oh 25 schade und ok das was war blöd 200 100 ähm volltreffer ok ich brauche dich ähm ähm 1500 egal zwei stück reichen mir aus reichen mir aus nächste mod präzise zielen und das ist ja cool ne das machen wir irgendwann mal so dann würde ich sagen jetzt gehen wir dorthin und niemals wieder bei mir mit ein naja mit ein flugzeug fliegen höchstens mit einem helikopter aber mehr auch nicht oh sniper wagen äh spider wagen äh wir nehmen den super pet mobil guten tag äh das weiß ich nicht ey pass doch mal auf ähm sagt der richtige der mit seinen perfekten fahrkünsten genau guten tag hier kommt der gerechte retter oh ein helikopter oh die krall ich mir gleich mal äh so wenn ich jemand krallen könnte guten tag guten tag darf ich mich kann ich mal kurz das ausleihen äh merkt nicht mal dass ich mal hier bin ne guten tag ruhig oh man feinkontakt alle einheiten hierher ähm stopp was mache ich denn wow ich habe mich selber getötet ähm fliegen ist nicht meine stärke nein also ich werde niemals wirklich im real life kein flugzeug fliegen wollen und auch nicht fliegen ja also ich möchte ihr wisst was ich meine oh riko wir schaffen das diesmal noch einmal aber diesmal oh diesmal vorsichtiger und wir landen direkt mal hier vielleicht könnte ich in ja keine ahnung noch ein helikopter sein aber ich glaube wir sind hier jetzt los darum würde ich sagen darum würde ich sagen nö da ist doch einer die merke nicht mal ne die ist wirklich so dumm um zu checken dass jemand sein helikopter klaut schön oder wir werden wir werden wir werden wir und das wachen wir gekommen oh was ist das denn ok wir haben sowieso gewonnen das ging ja schnell und noch ein provinz jetzt gehört uns das jetzt kann ich das ja schön parken wollte ich sagen aber gut dann machen wir es so so stürzt ab mein freund tschüss nein ah da war eh hässlich ich habe einen anderen naja ich habe mir die explosion irgendwie toller vorgestellt so dann gucken wir kurz mal was wir freigeschaltet haben ach ja die geheimnisse die geheimnisse das werden wir machen und dann danach danach werden wir auch schön obwohl wir mehr einen helikopter stop ich frage mich was das ist das ein helikopter nein moment eins mit mg und das ähm gut ouch und das mit rakierenwerfer ich nehme das hier hey pass auf die roten blätter du willst wohl nicht ok dann oder sogar schneller und weniger ok dann runter mit uns und ganz vorsichtig auf diese wiese und ihr wisst du hast gemeint ist mit ganz vorsichtig und das sogar eine ruine hm ja ganz vorsichtig nee gibt's bei mir nicht ups so dann gehen wir mal hier durch ja ich kann's halt ach dort moment ach so ja falsche scheuerung ich hab das von let it die zu sehen ich wollte springen mit viereck aber ist ja bei x so jetzt geh mich hin markieren uns kurz die stelle wo unser ja helikopter ist so ich glaube ich unten bestimmt habe ich recht und ja als ob nichts geschehen ist und wo bist du ich weiß irgendwie ach da ja neues auto wow oh der sieht schön aus aber ja der typ sieht gefährlich aus ähm ich bin gefährlich ja mach ein foto von mir danke für alles was sie für uns tun jagen sie den gen mache ich und ich stelle es lieber hin ok ok der eine mag uns der eine nicht seltsam klasse klassisches teilgefunden und du noch ein wort und ich kau' dein auto hier ist alles so ruhig und friedlich ich kann's halt und danke für alles was sie für uns tun ok und vorhin hast du gesagt nö versorg mir nicht den urlaub nimm so wir müssen hier hoch oh man so noch einmal ganz hoch ok ey komm mal hoch aber jetzt funktioniert's jetzt wieder nicht oh nein da wird geballert hoffentlich nicht mein helikopter da ist er da ist mein hübscher helikopter und wir markieren mal kurz den nächsten schauplatz und zwar da wo dieses level ist mit dem blöden blöden flugzeug wer es noch nicht weiß dann kann der im letzten part gucken das war wirklich sehr blöd gut so jetzt dort hin 700 meter entfernt ach mein helikopter geht schnell und gleich sind wir schon da ja wir sind da so hier packen lieber stop gut dann geht es hier lang und danach erobern wir wieder mal und dann war es das auch dann machen wir die mission wenn wir alles erobert haben leute guten tag wir haben bellen schreien und was gibt es hier noch ach da unten ach mitten auf der straße erst mal unser helikopter holen Sturzflug das schaste rico mein mein retter und es geht weiter ah diesmal schaffen wir wow könnt ihr mir ja immer wieder neue holen ok ich habe einen parkplatz gefunden so hier runter genau ganz vorsichtig man die verstehen wirklich nichts in diesem spiel was ganz vorsichtig bedeutet ne ich will mir gleich deinen bruder so dorthin und da haben wir auch ein neues teil gefunden jetzt hier und dann also es sind noch zwei und dann gehen wir würde ich sagen hier und erobern dort obwohl wenn wir schon da unten sind ne wir oberen dann lavander was haben wir denn da moment 1,4 kilometer und unser helikopter ist ja fast kaputt ähm wo habe ich denn meine helikopter geparkt ach da ist brennt dort es qualmt dort man sieht schon ich brauche einen neuen helikopter ganz klar bevor er explodiert ach mensch ich habe doch gesagt du sollst nicht rauchen da qualmst du schon wieder dann gehen wir oder fliegen wir weiter und machen dann auch spaß weil ich lust habe und nicht über diese da oben fliegen stopp mal da sind ja immer noch die jets wie mies kann man nur sein und immer noch rüber fliegen obwohl ich das eingenommen habe komm mal her ja komm mal her du gehörst mir ähm ja okay ich glaube ich zerstöre gleich mal das hier oder nee 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 solange ist es noch schön okay diesmal ganz vorsichtig wirklich ganz ganz vorsichtig hüten auf der straße gut woran bin ich gerade gestorben nur weil ich den brunnen berührt habe applaus für den ehrenvollen tod was ich nicht verstehe sehr schlau ne ja finde ich auch und es geht wo bin ich denn gelandet ach 300 meter entfernt dann gehe ich ja direkt dorthin und zwar gleich mit dem sportwagen da unten oh man und ich dachte ich könnte es mir noch schnell klauen aber es gibt es hier wohl nicht hier Rebellen schreien und hier ganz ganz unten am ende der straße ist hier auch was Ruhe in Frieden und natürlich geht es auch noch weiter stopp hey Sportwagen guten tag ich bin Sportwagen nein oh da kommt schon ein schöner Wagen hey oh 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 das sieht wunderschön aus boah wie der mich eiskalt überfährt ey komm her ich hole mich ich hole mich jetzt komm her ich hole mich hier diesen wagen jetzt endgültig komm her ach eine jetzt komm her wem hast du gerade überfahren ach ups tut mir leid was hast du gesagt du schreist ja weißt du menschenbefahren ist auch nicht schlimm ne jetzt bin ich mal dran komm her er schreie doch nicht es ist nur gleichberechtigung ey ich hab dich nicht mal ansatzweise getroffen komm her ja so jetzt habe ich dich getroffen und noch einmal drüber fahren noch einmal und jetzt können wir weiterfahren und Leute ich hab nen Plan wir holen ich hab so einen Plan Moment wir nehmen uns jetzt diesen Rebellen mit und der fährt mit uns mit komm mal rein fährst du mal für mich ich hab gesagt du sollst für mich fahren ey 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 was machst du da Militärfahrzeuge gefahren ich hab letzte Woche ein Panzer geschützt das war der Haft ja finde ich auch du gehörst jetzt mir und diesmal ha wirst du so deine schlimmste Fahrt deines Lebens bekommen äh kriegen denn ich würde dich abspringen nö ja ähm nö tschüss ähm du kannst doch weiterfahren oder kannst du nicht weiterfahren ok sie fährt weiter ähm du meinst du wem ey überfahren wir dich doch nicht aber ein Rebellen lass ich das gelten dann kann ich den noch abholen Tag 75 der Tag der Abschlussfeier Abschlussfeier die Flage weht morbide auf Halbmast ausbilder das kann ich nicht machen in seinem Rollstuhl eine Rede gehalten in der er meinen Mut im Angesicht des Bösen lobte die Männer lieben mich der erste Bauer ist gefallen und mit stoischer Gelassenheit bereite ich meinen nächsten Zug vor nett boah wie die lieben mich alle hier ich dachte ich war ein Volksheld und warum überfahren mich dann alle das ist dein Auto und dann hol es dir komm explodier alter voll der langsame Wagen ich kann nicht mal einen Berg hochfahren bestimmt so langsam ist es nö du hast es nicht mal verdient so hier hoch und wir sind jetzt ganz oben man ok das läuft doch ein bisschen schneller nein wir sind doch nicht auf diesen Basis ok wo muss ich lang sagen wir nicht ich muss nö ich gehe außen rum ich habe es mir anders überlegt ich fliege irgendwie danke schön das niemals da hoch gehen ich habe schon meinen Kumpel gefragt der spielt auch Just Cause der hat wirklich keine Ahnung wie ich diese Jets loswerde wow das ist gerade weit wirklich sehr weit ich habe einen besseren Plan Moment so geht es schneller noch einmal ok noch einmal jetzt bin ich bei Feno und ich möchte ein Fahrzeug gerne haben ich hätte lieber diesen Auto behalten sollen oder aber jetzt müssen wir Spiderman spielen Spiderman mit Enterhaken hey ist da unten ein ne ich dachte es war da unten ein Haus so ein Holzhaus aber das kann ja nicht sein komm wir nehmen von hier aus den Helikopter oder ist das die Panzer Panzer äh Station ich weiß nicht gucken wir gleich mal an äh gucken wir uns das gleich mal an ne ich schätze mal hier ist ein Helikopter stationiert genau dort hinten so und Schnelligkeit ist immer noch am besten am meisten mit einem Helikopter und da sind wir auch schon natürlich nur ein Geschütz so fliegen wir weiter so geht es natürlich schneller und dann zerstören wir das obwohl wir packen es einfach da oben genau hier oben packen oder bevor es boah das ist eine richtig gute Rampe das werden wir auch noch testen ok ganz vorsichtig nicht wie vorhin als ich den Boden getroffen habe und auf einmal explodiert ist uuh dammit uuh oh das ist sogar ein Helikopter das ist sinnlos sind uns aber gut Moment von der Ferne ist es besser oh sogar ein Helikopter ist dort stationiert also kann ich gleich tschüss sagen so ich studierst du mal Moment und hier noch ok das wurde schon zerstört ok wir haben es geschafft 2 von 5 7 unbefreit ich werde das gehört jetzt uns diesen Helikopter was jetzt rumfliegt nein nein ok ein Helikopter ist doch schon hilfreicher als ich dachte und da ist unser nächstes und sogar mit Raketenwerfer schön oder ich muss jetzt mal kurz gucken es gibt keine neue Sachen dann es gibt ja 2 von 5 dann will ich mal da ist ja schon alles dann möchte ich mal hier einfach mal so hey aufpassen so einfach so zum kontrollieren man weiß ja nie ob das erobert ist oder nicht ne ich halt wirklich äh nicht so nein ne dann gehen wir fliegen wir hier hin obwohl wir fliegen doch eh dorthin dann würde ich sagen machen wir das hier so oh äh haben wir es ja gleich Moment 2 für 5 wurde gesagt aber ich sehe nur 3 insgesamt oh da sehe ich schon eins schwere Rakete und und oh das war schön kein Problem heli krieger schaff ich locker generator auch noch getroffen sorge für verwüstung ach schaff ich locker da ist sogar noch die statua ich muss nur ein bisschen zurück und habe ich ihn getroffen ich muss nur runter im moment weiter runter erstmal alles erledigen und dann geht es auch weiter wow zum ersten mal haben die mich entdeckt zerstört mir egal da kommt man mit einem panzer oder was auch immer ok ok dann zerstelle mich hier alles oh yeah man das sieht so klein von dir aus aber es hier geht auch die action ab Moment so einfach alles mal kommentieren hier gibt es auch nichts mehr doch das ist ein plakat und schwerer geht immer dort hin weil ich es kann oh ja es gibt ja noch sprecher habe ich ja vergessen großartige explosion da fängt das verhältnis aus rauchentwicklung und sprengkraft ok wenn du das sagst Moment hier habe ich noch nichts getroffen vielleicht machen wir zur steuer oder so Moment schwere rakete weil ich es kann noch eine schwere rakete gut oh da sind noch ein paar Panzer ja man freiheit wir schicken zusätzliche einheiten zu eurer position die zentrale anfrage erhalten verstärkung ist unterwegs viel spaß mit euren verstärkungen ihr könnt eigentlich gar nichts mit euren verstärkungen oh ähm war ich das seltsam oh ok okay aha explodier schön da hinten auch glaube ich ich muss nur erwarten ich glaube hier sind noch ein paar ja ja und schon drehst du um ne schämlich und wo geht es jetzt lang wird gesucht dann sucht man mich findet mich nie weil ich oben bin wo noch wo noch zusätzliche truppen sind unterwegs ach ihr könnt sowieso nichts versucht es nicht ups da war wohl nichts und da unten ist ja was glaube ich ne ich dachte da unten immer was mal da unten da unten da hat es nochmal glück gehabt weißt du das die zentrale das ziel ist immer noch da draußen ja moment weißt du was die suchen mich unten obwohl ich hier oben bin ist das wirklich das schlauste was man machen kann schon noch ein Helikopter zu holen bekämpfen die mich hier du mein tod weh das sage ich immer und das stimmt auch und guten tag ich weiß nicht was ich machen soll moment da ganz hinten okay dann gehe ich dort hin obwohl nee hier ist eins irgendwo hm muss ich mal kurz überprüfen ob das auch stimmt so hier ist nichts mehr aber was soll ich kaputt machen moment moment überwachungssystem ach das mache ich gleich ach da unten da unten stop oder war das mein team ups ja ups da da hinten da hinten nee da hinten ach man das überzieht sich mal wieder ich will einfach nur die polizeistation haben ach ach moment da wird gerade von irgendwo geschossen ach da unten aber versuch mal ach da moment so jetzt bist du erledigt okay okay dann gehe ich mal ganz hinten ganz nach hinten oder haben schon wir schicken zusätzliche einheiten zu eurer position okay krank verstanden das interessiert mich eigentlich nicht wo es findet den rebellen er darf nicht entkommen so ach so okay mach ich mal dann pack ich mal hier meinen schönen naja meinen schönen schönen helikopter helikopter explodieren okay das war blöd und ich würde sagen wir gehen dorthin wir machen das mal schnell wir hatten hier keine probleme aber jetzt haben wir unsere probleme hacken ich bin dabei so wenn wir das eingenommen haben dann war es das auch oh nein von wo ah ok hast du mich aber ich habe diesen helikopter gleich raus da guten tag geht es nur alle sterben durchhalten boden team tschüss ihr könnt alle sterben oh jetzt habe ich ein paar tricks raus so kannst du mal sterben mit deinem kumpel ach ach guten tag hab dich gar nicht kommen sehen aber du auch nicht bei mir hey hör mal auf und noch maiken ja es ist verrückt wir alle sind verrückt aktivieren 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 bin dabei moment ach guten tag ich darf doch mitmischen oder und da hinten noch so habe ich es geschafft monitore wo sie diese monitore drei monitore wie soll ich das denn finden finden ok wie soll ich das jetzt machen ich würde sagen wir machen das beim nächsten mal und leute ich würde sagen wie es dann bei der geht mit just cause das werden wir beim nächsten mal fahren also heute bis dann tschüss